Was lange währt, wird endlich gut. Ludovic Reis ist Hamburger und wechselt vom FC Barcelona an die Elbe. Der 21-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2025 und freut sich auf seine neue Heimat. Der HSV hat tolle Fans. Der Austausch mit den Verantwortlichen war sehr positiv und hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Auch mit dem Trainer habe ich sehr intensiv gesprochen und auch er hat mir ein wirklich gutes Gefühl gegeben und war einer der Hauptgründe, warum ich mich entschieden habe, hierher zu kommen. Er ist ein relativ ausgewogener Spieler. Er ist im Spiel mit Ball richtig gut. Das ist vielleicht auch so ein bisschen diese Barcelona-Geschichte. Er macht sehr wenig Fehler, hat eine sehr gute Ballkontrolle, Passqualität, ist aber auch gegen den Ball richtig giftig und unangenehm. Er kann auch Bälle erobern. Also er bringt sehr, sehr viel mit für das zentrale Mittelfeld und er muss vielleicht noch ein bisschen an seiner Torgefälligkeit arbeiten. Das ist ein Punkt, den wir auch besprochen haben. Da kann er sich verbessern, aber ansonsten hat er für einen zentralen Spieler relativ viele Fähigkeiten, die man braucht. In der vergangenen Saison machte der Holländer bereits zweimal Bekanntschaft mit dem HSV. Ausgeliehen zum VfL Osnabrück stand der Mittelfeldspieler in 30 Pflichtspielen für die Niedersachsen auf dem Feld und brachte dort die Tugenden, die ihn auszeichnen, auf den Platz. Mein Spielstil ist sehr aggressiv. Ich möchte gerne den Ball haben und nehme ihn mir und möchte das Spiel machen. Ich bin ein Box-to-Box-Spieler, kann auch hinten mitarbeiten, aber genauso mit nach vorne kommen. Das sind meine Qualitäten. Ich laufe viele Meter für das Team und arbeite hart. Pünktlich zum Trainingslager stößt der Mittelfeldmotor zur Mannschaft und wird in Grasau das erste Mal mit seinen neuen Kollegen auf dem Trainingsplatz stehen. Nach acht Tagen Grasau hat Ludewig genug Zeit, sich in Hamburg einzuleben. Dann auch mit dabei sein Husky Blue. Der sich in den vergangenen Tagen zum heimlichen Social-Media-Star rund um den Wechsel entwickelte. Natürlich kommt mein Hund auch mit nach Hamburg. Ich werde hier mit meiner Freundin leben. Das wird eine schöne Zeit. Ich habe gehört, dass es eine schöne Stadt sein soll. Das wird eine gute Sache hier. Herzlich willkommen in Hamburg Ludewig. Wir freuen uns auf die Zeit mit dir. 2 1 2 2 2 3 Untertitelung des ZDF, 2020